Herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. In diesem Video präsentieren wir euch die Top 7 der besten Handcare-Maschinen. Bevor wir jedoch loslegen, möchten wir euch darum bitten, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, damit ihr keine unserer zukünftigen Videos verpasst. Vergesst auch nicht, das Video zu liken und einen Kommentar mit euren Fragen oder Erfahrungen zu hinterlassen. Euer Feedback ist uns sehr wichtig. Nun aber zu den Produkten. Lasst uns ohne weitere Verzögerungen beginnen. Die Kärcher S4 Twin ist eine leistungsstarke Kehrmaschine, die sich ideal für die gründliche Reinigung von Gehwegen, Einfahrten und anderen Außenbereichen eignet. Mit einem Gewicht von nur 10 Kilogramm ist sie leicht zu handhaben und einfach zu transportieren. Die Arbeitsbereiche mit den beiden Seitenbesen beträgt beeindruckende 68 Zentimeter, was bedeutet, dass sie in kürzester Zeit große Flächen abdecken können. Diese Kehrmaschine verwendet ein effizientes Tellerbesensystem mit insgesamt zwei Seitenbesen, die Schmutz und Staub mühelos erfassen. Dank des großzügigen Fassungsvermögens des Behälters von 20 Litern können sie längere Reinigungsintervalle durchführen, bevor sie den Behälter entleeren müssen. Der Griffbügel der Kehrmaschine ist auf eine komfortable Höhe von 94 Zentimeter eingestellt und kann bei Bedarf zusammengeklappt werden, um die Lagerung zu erleichtern. Mit einer beeindruckenden Kehrleistung von 2400 Quadratmetern pro Stunde erledigt diese Kehrmaschine die Arbeit schnell und effizient. Die Kärcher S4 Twin ist die perfekte Wahl für alle, die eine zuverlässige und leistungsstarke Kehrmaschine suchen, um ihre Außenbereiche sauber zu halten. Mit ihrer robusten Bauweise und den praktischen Extras ist sie eine hervorragende Investition für die Pflege ihres Grundstücks. Kommen wir zum nächsten Modell aus dem Hause Einhell. Mit einer beeindruckenden Arbeitsbreite von 61 Zentimetern ist der Einhell TESW 18-610 in der Lage, eine großzügige Fläche in kürzester Zeit zu reinigen. Dies wird durch das effiziente Tellerbesensystem ermöglicht, das aus insgesamt zwei Seitenbesen besteht. Diese beiden Seitenbesen sorgen dafür, dass selbst Randbereiche und Ecken problemlos gesäubert werden können. Der 20 Liter fassende Behälter der Kehrmaschine bietet ausreichend Platz für Schmutz und Staub, bevor eine Entleerung erforderlich ist. Ein praktisches Extra ist der zusammenklappbare Griffbögel, der die Lagerung und den Transport der Kehrmaschine besonders einfach gestaltet. Die Kehrleistung dieses Modells ist beeindruckend und ermöglicht eine schnelle und gründliche Reinigung von Gehwegen, Terrassen, Einfahrten und anderen Flächen im Innen- und Außenbereich. Mit dem Einhell TESW 18-610 Lee Solo können Sie ihre Reinigungsarbeiten effizienter und mühlloser gestalten. Die Kärcher Kehrmaschine S6 Twin ist die perfekte Lösung, um ihre Außenbereiche im Handumdrehen sauber zu halten. Mit einer beeindruckenden Flächenleistung von bis zu 3000 Quadratmeter pro Stunde und einem extra großen Kehrbehälter mit einem Fassungsvermögen von 38 Litern ist diese Kehrmaschine ein zuverlässiger Partner bei der Reinigung von Hof, Garageneinfahrt, Gehwegen, Terrassen und sogar großen Kellerräumen. Eine herausragende Eigenschaft der Kehrmaschine sind die beiden Seitenwesen, die mit einem einstellbaren Anpressdruck ausgestattet sind. Dies ermöglicht es Ihnen, unterschiedliche Arten von Schmutz das ganze Jahr über effizient aufzukehren. Mit der Kärcher Kehrmaschine S6 Twin sind Sie bestens gerüstet, um Ihre Außenflächen schnell, effizient und gründlich zu reinigen. Egal ob Sie einen großen Hof, eine weitläufige Garageneinfahrt oder einfach nur Gehwege und Terrassen sauber halten möchten, diese Kehrmaschine wird Ihre Erwartungen übertreffen und Ihnen dabei helfen, Zeit und Mühe zu sparen. Mit einer beeindruckenden Kehrbreite von 650 Millimetern ermöglicht die Schepach S800 das großflächige Reinigen von Flächen von bis zu 2600 Quadratmetern in kürzester Zeit. Dank der beidseitig montierten Tellerbürsten erzielen Sie einen schnellen Arbeitsfortschritt und hinterlassen immer eine saubere Spur. Der klappbare Handgriff mit praktischem Schnellverschluss macht die Lagerung der Kehrmaschine zum Kinderspiel und spart wertvollen Platz in Ihrem Lager oder Ihrer Garage. Das Schepach 3 Bürstenkehrsystem mit langlebigen Borsten gewährleistet eine effektive Reinigung und sorgt dafür, dass selbst hartnäckiger Schmutz mühelos entfernt wird. Die leichtgängigen Soft-Profilräder und die um 360 Grad schwenkbare Lenkrolle ermöglichen ein einfaches Manövrieren, selbst in engen Bereichen. So bewegen Sie die Kehrmaschine mühelos um Hindernisse herum und erreichen jeden Winkel Ihrer Fläche. Die Schepach S800 ist die ideale Wahl für alle, die große Flächen schnell und effizient reinigen möchten, ohne dabei auf Komfort und Benutzerfreundlichkeit zu verzichten. Die Hager 677 Profi ist die ultimative Kehrmaschine für den gewerblichen Einsatz und größere Flächen. Sie wurde speziell entwickelt, um höchste Leistung und perfekte Sauberkeit zu gewährleisten. Mit einer beeindruckenden Palette von Funktionen ist sie die ideale Wahl für Hausverwaltungen, Reinigungsunternehmen und viele andere Anwendungen. Diese Kehrmaschine ist mit einem fortschrittlichen Iceweep-System ausgestattet, das Ihnen ein müheloses Kehren ermöglicht. Das Tellerbesensystem ist ebenfalls vorhanden und sorgt für eine gründliche Reinigung. Mit dem Turbokehrsystem werden selbst hartnäckige Verschmutzungen spielend leicht beseitigt. Egal ob Sie Tankstellen, Werkstätten, Parkplätze, Höfe, Lager oder Fertigungshallen reinigen müssen, diese Kehrmaschine ist Ihr zuverlässiger Partner. Dank des elektrischen Bürstenantriebs ist sie extrem wendig und kann sogar manuell verwendet werden, wenn der Akku leer ist. Die Starmix StarSweep 65 ist die ideale Lösung für alle, die nach einer handlichen und kostengünstigen Kehrmaschine suchen. Mit ihrem kompakten Design und einem Gewicht von nur 10 Kilogramm eignet sie sich perfekt für den Einstiegsbereich, kann jedoch auch problemlos auf mittelgroßen Flächen eingesetzt werden. Die beeindruckende Kehrleistung von 2100 Quadratmetern pro Stunde macht die Kehrmaschine zu einem zuverlässigen Helfer bei der Reinigung. Der 18 Liter fassende Kehrgutbehälter sorgt dafür, dass Sie länger arbeiten können, ohne ihn ständig entleeren zu müssen. Insgesamt ist die Starmix Starsweep 65 eine handliche Handkehrmaschine, die sich für kleine bis mittelgroße Flächen bestens eignet. Mit ihrer Effizienz und Leistungsfähigkeit wird sie Ihren Reinigungsanforderungen gerecht und erleichtert Ihnen die Arbeit erheblich. Die Kärcher KM 70-20C ist eine hochleistungsfähige Straßenkehrmaschine, die sich ideal für die gründliche Reinigung von Gehwegen, Parkplätzen und anderen befestigten Flächen eignet. Mit ihren beeindruckenden Merkmalen und ihrer robusten Konstruktion ist sie ein unverzichtbares Werkzeug für die professionelle Reinigung. Diese Straßenkehrmaschine verfügt über eine großzügige Containerkapazität von 20 Litern. Was bedeutet, dass Sie länger arbeiten können, bevor Sie den Behälter entleeren müssen. Dies spart Zeit und steigert die Effizienz. Die Kehrleistung ist beeindruckend mit einer rechnerischen Flächenleistung von 3680 Quadratmeter pro Stunde. Dies ermöglicht es Ihnen, große Flächen in kürzester Zeit zu reinigen. Die Kärmaschine ist äußerst anpassbar und benutzerfreundlich. Sie ist mit einer Hauptrolle ausgestattet, die auf sechs verschiedene Höhen einstellbar ist, um sich verschiedenen Bodenoberflächen anzupassen. Zusätzlich verfügt sie über zwei Seitenbürsten, die Schmutz und Staub in die Kärmaschine befördern. Die ausklappbare Schubstange und die dreifache Verstellbarkeit machen die Bedienung dieser Straßenkehrmaschine äußerst komfortabel. In anthraziter Farbe gehalten, passt die Kärmaschine optisch gut in jede Umgebung. Mit einer Breite von 960 mm, einer Höhe von 1050 mm und einer Länge von 1300 mm ist sie kompakt und leicht zu manövrieren. Die Kärcher KM70-20C ist ein zuverlässiges Arbeitsgerät, das Ihnen dabei hilft, Flächen sauber und gepflegt zu halten. Das waren also unsere Top 7 der besten Handkehrmaschinen. Wir hoffen, dieser Vergleich hat euch bei eurer Entscheidung geholfen und nützliche Informationen für eure Kaufentscheidung geliefert. Die Holes zu den vorgestellten Produkten findet ihr in der Videobeschreibung. Klickt einfach drauf, um weitere Details und Preise zu erfahren. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr solcher Inhalte sehen möchtet, dann abonniert unseren Kanal und aktiviert die Benachrichtigungsglocke, um keine unserer zukünftigen Videos zu verpassen. Vielen Dank für eure Unterstützung und euer Interesse. Vergesst nicht, das Video zu liken und einen Kommentar mit eurem Feedback zu hinterlassen. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal!